Hallo Youtubers, ich bin der Lee von eFox. Heute werde ich euch das 1UV3 Plus vorstellen. Optisch sieht dieser genauso aus wie sein Vorgänger 1UV3 und macht gar keinen Unterschied. Aber innerlich wurden doch einige Modifizierungen durchgeführt. So ist im neuen 1UV3 Plus nun ein MTK 6592 Prozessor verbaut worden. Dieser taktiert bis zu 1,7 GHz. Ein weiterer Unterschied ist, dass der Speicher nun von 1 GB RAM auf 2 GB RAM vergrößert wurde. In meiner rechten Hand befindet sich das 1UV3 Plus und in meiner linken Hand das 1UV3. Nun gehen wir nochmal mehr in die Optik und vergleichen diese im Detail. So stellen wir fest, dass hier auf der rechten Seite sich die Regulierung für die Lautstärke befindet. Hier oben befindet sich der Anschluss für den USB und gleich daneben dann der Kopfhöreranschluss. Auf der linken Seite befindet sich dann die Power-Taste und unten haben wir hier noch links, rechts entsprechend noch einmal einen Lautsprecher. Auf der Rückseite sehen wir dann hier nochmal, dass es ähnlich ist, da die Kamera und der LED Flash. Es handelt sich hierbei um ein 5 Zoll OGS Gorilla Glass HD 1280 x 720 Pixel Display. Ein weiterer großer Unterschied zwischen dem neuen 1UV3 Plus und dem 1UV3 ist, dass im neuen 1UV3 jetzt kein NFC vorhanden ist, welcher am alten noch vorhanden war, wie ich hier selber jetzt feststellen könnte. Des Weiteren befindet sich jetzt aber dann im neuen 1UV3 ein 2GB AEM, wobei im alten nur ein 1GB AEM sich befindet. Und 16GB AEM ist nach wie vor vorhanden in beiden, die wir hier gleich feststellen können. Die gängigen Sprachen wie Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und so weiter werden alle hier unterstützt von beiden Versionen. Sowohl das neue 1UV3 Plus als auch das alte 1UV3 lösen mit der Frontkamera 5 Megapixeln. Und die Hauptkamera löst mit 13 Megapixeln. Wobei dem neuen 1UV3 Plus die 13 Megapixel Kamera optimiert wurde. Das könnt ihr hier selber jetzt sehr gut feststellen. Kommen wir nun zu einem kurzen Fazit. Das neue 1UV3 hat einen Octa-Core und 2GB AEM und auch die optimierte Kamera. Das heißt, der Mehrwert liegt auf eine bessere Kamera und mehr Speicher, der sollte auf das neue 1UV3 Plus zugreifen. Unten in der Beschreibung gibt es einen Gutscheincode, den ihr sofort verwenden könnt, um das 1UV3 Plus 3 Euro günstiger zu bekommen.